Stellvertretend Treue erweckt, im Namen des Faltes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Milliarden und Millionen, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen mal opfern mir das kostbare Blut und die Blut drehen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Liebesakte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heilige Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz. Damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus. Damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Arbe Maria, bitte heiligen Gerd, gut offenbart. Sei gegrüßt, du weiße Lilie der strahlenden und ewig rohenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Anmut. Von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seele mit göttlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater, Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen. Denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist. Entferne mich mit dem allergrößbausten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gosbaren Blutes Jesu. Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle Krankbereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren. Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen selbst, die tiefsten Nischen des Herzens. Du strengst mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich biete dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zu gut. Ergrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebernadeit unter den Frauen, und gebernadeit ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, brennende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Ergrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebernadeit unter den Weibern, und gebernadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gott, die dreifältige, blutende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Ergrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebernadeit unter den Frauen, und gebernadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei der dreifältigen Liebe, von unan bis in Ewigkeit. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen, Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttlich Herz. In deine heilige Liebeswunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ist es Tageslast. Und nicht umsonst, ich hoffe, ich baue, der vollwohl du mich gesegnet hast. Oh, habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen, Engels Hahn. O göttlich Herz, all meine Sünden, bereue ich auslieb zu dir. Oh, lasse mich Verzeihung finden. Schenk deine Liebe aufs Neue, mir. Herz sieh, so ähnlich ich empfehle auch alle meine Lieben dir. Verschütze sie an Leib und Seele, die Gute, sie erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. Oh, lasst du in der letzten Stunde mir einer Himmelsborde sein. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Riebe mit dem Kinderleben. Und zu allen deinen Segen gib, Amen. Amen. Vielen Dank.